Bei uns geht es heute um den Mund, den wir ordentlich vollnehmen, um Jungfernhäutchen, die man ein- und wieder ausbauen kann und um Penisse, die man erst kochen muss, bevor sie besonders lecker schmecken. Kein Zweifel, herzlich willkommen bei Liebe Sünde. Schönen guten Abend. Für Liebe Sünde heißt es in den nächsten Tagen Koffer packen, denn es geht nach Berlin. Für den nächsten Donnerstag haben wir uns mal wieder ein Liebe Sünde-Spezial auf die Fahnen geschrieben. Wir sind beim Welt-Aids-Kongress in Berlin, einem der größten medizinischen und auch sonstigen Kongresse überhaupt. Etwa 15.000 Teilnehmer haben sich dort bisher schon angemeldet. Eins haben wir uns ganz fest vorgenommen für nächste Woche, das wird keine Trauersendung werden und das wird auch keine Jammer-Sendung werden. Unser Motto für den nächsten Donnerstag mit Aids leben und wir werden Ihnen, ich denke mal, eine sehr hochinteressante und eine sehr reichhaltige Sendung zum Thema bieten, Aids und Kultur, auch wenn Ihnen das jetzt möglicherweise etwas merkwürdig vorkommt. Lassen Sie sich überraschen. Kommenden Donnerstag, Viertel nach elf, bis dann. Ahoi. 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 Ahoi.